Traipatasana ist die Stellung der drei Wege, die Stellung von Himmel, Erde und Unterwelt, die Stellung der physischen Welt, Astralwelt und Kausalwelt. Traipatasana wird laut Garotes Encyclopedia of Traditional Asana beschrieben in der Brihannaraditya Purana, wird mindestens erwähnt, aber nicht beschrieben. Letztlich mache irgendein Asana und übe das Asana so, dass es auf allen drei Ebenen wirkt. Wenn du also ein Asana übst, mache daraus immer drei Traipatasana. Achte zunächst darauf, dass die Stellung körperlich korrekt ist und körperlichen Nutzen bringt gut für Dehnung, Muskelkraft, körperliche Koordination, Massage der Bauchorgane, gut für Atemwege und Herz. Also das ist das Erste dieser Traipata. Als Zweites achte darauf, dass die Stellung gut ist für die Astralwelt, also Deinen Astralkörper, die Energien, die Emotionen und die Psyche. Und als Drittes, und diesen Teil darf man nicht vergessen, bringe Dein Bewusstsein in die spirituellen Ebenen zum Höchsten, zum Unendlichen, zum Ewigen hin. Vielen Dank.